Willkommen bei Benny & Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Bloody Room und wir starten das Spiel. Ah, die Grafik. Oh, die Grafik sieht schon mal nice aus. Die Grafik sieht schon mal sehr, sehr geil aus. So, hier vorne haben wir was. Hier können wir interagten. Oh, eine Taschenlampe. Ah, okay, wir können uns sehr, sehr langsam nur bewegen. Locked. Die Sounds sind richtig krass, richtig laut. So, ein bisschen Müllchen. Ein bisschen Müllchen in der Bude. So, wer hat geklopft? Wer klopft? Ah, alles klar. Ist die Toilette. Da trompetet noch jemand etwas rum. So, und natürlich... Oh Gott. Europalette. Warum? Warum? Leute, fragt... Ah, noch eine. Fragt euch doch mal selber, wie viele Europaletten habt ihr bei euch in eurer Wohnung? Egal wie vermüllt die ist irgendwie. Wie viele Europaletten stehen bei euch rum? Na gut. Okay, schauen wir mal weiter. Mal gucken, ob es so ein bisschen PT-mäßig ist. Bis jetzt wirkt es tatsächlich so. Oh Gott, wer baut denn so eine Buden, Alter. Also wirklich. Okay, hier geht es anscheinend ins Souterrain. Ein bisschen kaputt hier. Okay. Okay, alles klar. Ist nicht PT-mäßig. Ist das ein Keller oder was? Die Garage? So, was war denn da? Forgive me, Maria. Forgive me, Rose. Okay. Wer ist Rose? Wer ist Maria? Und warum sollen sie dir vergeben? Die Sounds sind echt krass. Sehr atmosphärisch da hinten. Man kann Gott sei Dank schon sehr weit erkennen, irgendwie von... Hallo? Man kann Gott sei Dank schon von sehr weit erkennen, was man nehmen kann. Was ist das? Bathroom Key. Schön. So, was haben wir hier? Lichtschalter. Der ist aber blöd angebracht hier. So. So einfach aufs Brettchen nagelt. Komm mal, machen. Okay. Gut. Gehen wir mal raus. Vielleicht passt jetzt eine der Türen oben. Tür ist zu? Schließen die Türen sich von alleine? Fliegen hier, Alter. Oh Mann. Das muss so stinken, wenn hier schon überall fliegen sind. Und da so ein... Was ist das? Ein Kaffeebecher? Eine Pillendose? Alter. Oh, hier. Guck mal. Kaffee. Kaffee. Hier. Ah, schau mal. Das Bad. Was ist das denn, Alter? Oh, mich schick ja schon mal gleich nicht hinlaufen. So, warte mal. Und wir... Natürlich kein Spiel gewählt. War klar. So, Schaumbad nehmen. Oh, nee. Geht weg. Muss nicht sein. Ja, gut. Okay. Was soll ich jetzt hier für einen Schlüssel bekommen? Aber es ist ja natürlich auch eine schöne Sache, ne? So Klopapierhalter, genau überm Hellskörper. Immer warm mit Klopapier. Kann man machen. Gerade im Winter. Was ist das hier? Was ist das denn? So ein Flaschenöffner. Für Bier nach vorne. Geil. Kann man machen. Lichtschalter so recht hoch angebracht. Aber, komm. Andere Geschichte. So, wozu muss ich denn jetzt hier mit drin? Irgendwie. Noch weiter zurück. Okay. Okay. Wie! Wie! Wann? 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 Ääääh! Wow. Hohoho. Oh Gott, Oh Gott. Oh Gott. Oh, da verschicelt mich noch hinter der gläden Einwegpalette hier. Nee, hier kann immer noch eine drin. Forgive me. Ah, Oh Gott. Die Klassiker hier. Schön, die Bilder mit uns... Und auch mit zerkratztem Augen... Was? Das ist so fein. Das ist so fein. Kann ich jetzt raus? Kann ich abhauen? Das ist übrigens Rennen. Geht so semi-findig. Naja, egal. Okay. So, Rotlicht ist an. Rotlicht heißt nie was jutet irgendwie. Hm. Ne? Wir gehen jetzt wieder in die Garage. Eh, fuck. Wollte ich hier nochmal rennen? Äh, die Wand war vorher auch schon so aus? Äh, wohnen wir mal. Vergehen. What? Nein. Geh wieder raus. Lass mich. Geh wieder raus. Das ist okay. Du hast deine Barzeit. Ich will dich auch nicht stören. Nein. Geh wieder raus. What the fuck? Hat sie mich gekriegt? Aber du bist tot. Wir gefressen. Was ist die da? Die Schmerzgeräusche. Versteig nicht. In October 20... Äh, ja, 27... Nein, 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 2004. An American woman, Maria, was murdered by her husband, Alberto, because she wanted to leave him for a reason. Her husband was physically abusing her. Okay. Kann man verstehen. This frequent abuse of her and at her life, leaving the woman with so many injuries and minoris and remissions. The husband locked her in the bathroom for days until the 13-year-alte daughter... What? Rose? What, 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 what? The daughter intended to call for help and while she was calling for her, her father... Sorry, in my house when she went to the exit door, unfortunately. Ach, der Vater hat's auch neu gekriegt, als sie Hilfe holen wollte. The father decided to drown her daughter in a bathtub. Ach du Scheiße. Then she died immediately after killing his wife and the daughter, hanging himself in the bedroom. Also alle mal schön da drin, die Sturm. Im Badezimmer. Na, wunderbar. Na, wunderbare Familien-Tragöte. Ist ja ganz toll. Ist ja kein Wunder. Ja, okay. Alles klar. Ein kurzes Spiel. Liebe Freunde, das war Bloody Room. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und unterstützt den Kanal mit einem kleinen Abo, wenn ihr es noch nicht habt. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr zum nächsten Projekt hier einschaltet. Bis dahin. Ciao.